Näher, für euch von der Toilette zurückgekehrt, unser Gerold. Einen Applaus für unseren Gerold. Ja, dann haben wir hinter mir am Stimmchen unser kleines Blondinchen, das wir immer mit dabei haben. Unsere Gabi. Einen Applaus für unsere Gabi. Und dann haben wir die Alte mit dem roten Bärm, der aber eigentlich echt noch voll vital ist für Ihre 90 Jahre. Unsere Ehemir an der Drehleiter. Applaus. Das Beste kommt bei mir mit dem Kloß. Das Beste ist der Mann ohne Haare auf dem Kopf. Das ist unser Basti. Über den gibt es auch mal einen großen Applaus. So, und da möchte ich noch was sagen. Wir haben T-Shirts, wir haben Wein, wir haben keine T-Ds. Wir haben immer ein nettes Wort für euch dabei. Wir sind Skaldrian, ich bin der Tristan und ich freue mich, wenn wir euch danach nochmal sehen. Und wenn ihr auch für die Gaukler-Show bleibt, die dann noch stattfinden wird. Ja, für euch ein hellen Abend. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan. Ich bin der Tristan und ich bin der Tristan. 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 Ich bin der Tristan.